So, da sind wir auch schon wieder zurück, wie versprochen, heute im Shop-Video. Ich werde euch halt einfach sagen, was ich so aus den Geschenken bis jetzt bekommen habe und vor allem in welchem Geschenk ich das bekommen habe. Weil ich weiß nicht, aber ich denke mal schon, dass es was ausmacht, welches Geschenk man auswählt und dass dann auch das da drin ist. Und wenn ihr zum Beispiel Lust habt, die Weihnachtslichter zu bekommen, gehen wir direkt rüber. Ich zeige euch direkt, wo das ist. Das wird auch kein langes Video werden, alles ganz entspannt ist. Nur eine kleine Info für euch, wo ihr quasi diesen Kontroll herbekommt. Und zwar genau aus dieser Kiste hier. Aus dieser Kiste habe ich den bekommen. Was ich aus der zweiten Kiste bekommen habe, werde ich natürlich euch auch noch verraten. Aber wie gesagt, hier aus dieser gelben kleinen Kiste habe ich den bekommen. Hier, die habe ich gesehen schon bei einigen, bekommen wir erst an Weihnachten. Aber ich vermute, da ist hundertprozentig der Skin drin, einer von den zwei. Und dann, natürlich, die meisten haben natürlich direkt am Anfang das hier aufgemacht. Aber da sage ich ganz ehrlich, ich weiß ja, was drin ist. Man sieht es an der Verpackung. Ich habe mir deshalb ein anderes Geschenk geholt. Ich werde auch immer random öffnen, nicht irgendwie so, ja, mach mal das auf, weil da ist das und das drin. Das ist ganz gut, dass ihr das wisst. Aber natürlich mache ich auch die anderen Geschenke auf. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, damit ihr auch seht, was in den anderen Geschenken drin ist. Wie gesagt, in dem Geschenk hier hatte ich halt den Schleier drin. Dann kurze Info, was die Custom Games betrifft. Keine Angst, wir werden immer noch im Preisgeld spielen. Alles bleibt beim Alten bis jetzt. Ich kann euch ganz kurz die Liste nochmal einfügen. Hier seht ihr sie. Wir werden halt, denke ich mal, definitiv so ab Weihnachten werden wir damit anfangen, weil bitte habt ihr ein bisschen Rücksicht. Ich bin derzeit mitten im Umzugstress. Ich mache jetzt gerade so schnell die Videos hier noch fertig. Und dann werde ich gleich auch schon direkt wieder weitermachen. Ich weiß, ich habe gesagt, ab 19. habe ich ja Urlaub. Aber da dachte ich eigentlich auch, der Umzug, wir hätten genug Zeit. Aber meine Frau ist da ein bisschen hektischer und wird gerne schon an Weihnachten alles drüben haben. Und ihr wisst ja, was macht man nicht alles für seine Frauen. So, was das betrifft, habe ich euch dann jetzt auch gesagt. Hier, was den Skin betrifft, habe ich auch ein extra Video zugemacht. Guckt da einfach mal bei meinen Videos vorbei. Der Skin ist eigentlich ganz einfach zu bekommen. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ihr wisst jetzt schon mal, wo hier dieser Schleier drin ist. Ich persönlich feiere den wirklich. Den gibt es auch in verschiedenen Stilen. Einmal hier mit den Schleifen. Einmal mit, hier ist der größte. Der hat diese vier Schleifen. Hat das, äh, die Gerlinde da dran. Äh, Gerlinde? Gerlinde? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und diese roten Kügelchen mit dran. Hier sind die roten Kügelchen weg. Und hier sind auch die Schleifen weg. Ne, nur hinten an den Füßen sind die Schleifen weg. Und hier sind auch keine Perlen dran. So, da würde ich sagen, wenn ihr das Geschenk öffnet, wie gesagt, bekommt ihr die hier. Und das nächste Video wird gleich schon kommen. Nämlich, was ich in dem nächsten Geschenk bekomme. Und denkt dran, vergesst nicht zu abonnieren. Like nicht vergessen. Creator Code steht unten. Also, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne folgen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.